Hallo bei Verduz und Star mit Tim Kuhn und wir spielen gegen Kräuterfühlt, hoffentlich wie wir ein bisschen besser als die letzten Spiele sahen. Ich steuere natürlich nur Tim Kuhn. Das Meta schießt in Bronze. Äh. Oh Gott, naja, das wird sein. Da sind die Spinner und los geht's. Schöner Pass hier auf Gündis. Schöner Lassi hier auch. Hier ist schön auf Lucila. Weiter auf Pferde. Und Lucila mit der ersten Chance, die daneben geht. Und Gang, Giesemann, Hauptmann, Gisauzula, Narei, Narei, Sarra, Narei, Sarei, 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 Sarei. Aber Lucila. Bastian Saufpferde. Freiland. Und Sila Kuhn. Aber da verliere ich den Ball. Freiland. Ich versuche hier langsam den Spielaufbau zu starten. Aber... Papa springt mir dabei. Schasula. Freis. Und da war ein Ball von Schilazzi. Wofür hat sie... Wofür hat die gelbe Karte direkt siegt? Ich grad mal so den Fuß erwischt. Na ja. Oho. Es ist fast noch Gefahr gebracht. Das eigene Tor. Eieieie. Viel passen. Und da hab ich mich verletzt. Und... Hoch klangt die gelbe Karte. Wie ich da liege sieht wirklich nicht gut aus. Der rasiert Hoch klangt. Den Gegner und auch mich ab. Und das war es dann schon für dieses Spiel. Rechtliche Spielzeit simulieren. Eieieiei. Eieieiei. Ich bin nix im Plus. Danke. Und... Vielen Dank. Jetzt sind wir verletzt. Aha. Die Saison ist wieder vor den... Er arbeitet uns. Drei Wochen verletzt. Eieieieiei. 0-0 ging das Spiel aus. Na gut. Trainieren können wir auch nicht. Für Nationalmannschaft abgestellte Spieler. Achel Lejanto Milanean. Zu Bolivien. Und wie kann ich spielen? Nur zu gucken. Na gucken wir mal. Was sind die gelbe Karte? 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. Stukat in Führung. Ah. Ginta. 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 Ginta trifft auch noch. Ja. 1-3. Verloren. Weil wenig spielen konnte. Eieieiei. Eieieieiei. Passt wieder fit. Also können wir das nächste Spiel wieder spielen. Und wir haben wohl ein Training verpasst. Und mein Handy. Das war mein Handygeräusch. Fürs Abziehen der Marke. Und ich habe bei Quizduell. Bei Quizduell müsste ich auch schnell spielen. Mache ich gleich zwischen den Folgen. Und dann ist jemand halt gegen mich geworden. Weil ich nicht schnell genug reagiert habe. Eieieieieieie. Aber das sind ja Sachen, die nicht hier hingehören. So, zu uns gehört dazu, dass wir trainieren. So, das erste Training ist die Sieben. Zwei. Drei. Fünf. Sieben Torverlage. Das nächste Training ist die Chancenbearbeitung. Tempo-Trippling. Und dann mal Abwehr trainieren. Und da trainieren wir die Zwei. Also Zweikampf. Oh, das geht ja. Und bei Standards trainieren wir Grundlagen also aufzumachen. Hier Torvorlage. Also haben wir doch ein bisschen besseres Haifleisch, hat man dachte. Oh, das geht ja. Eieieieiei. Gut gemacht schon. Exzellent hier. Darf ein gutes Training nicht sein als Chancenbearbeitung? Ach, das ist's. Ach, das ist bothering sein. Ach, das ist einiges Training. Ach, das ist einiges Training. Ach, das ist einiges Training. Ja, da war doch ein tolles Törchen. Oh, da war er sogar noch besser. Schade, dass der Kompfer nicht reingegging. Ah, da war er. Der letzte Pass nicht so gut. Ah, Mist. So, haben wir schon mal knapp drin. Schade. Puh, sind schöne Törchen hierbei. Heute. Heute haben wir einen Torriecher hier. Da war doch auch sehr gutes Training. Tempo-Trippling. Hoffentlich schaffe ich das gut. Exzellent. Zweikamptraining. Da könnte er auch Exzellent werden, wenn ich mich konzentriere. Oh. So, knapp. Ah. Ja, komm. Jo, Exzellent. Viermal Exzellent. Jetzt. Aber falsch ist es. Ey, ey, ey. Zu wenig Punkte. Neher. Vielleicht. Neh, ey. Schon mal auf gut gemacht? Komm! Und Exzellent, Fünffach Exzellent! Nein, jetzt habe ich da! Neuer Versuch, Scheiße. Muss ich noch ein paar Exzellent machen? So, schon mal auf knapp. Auch gut gemacht? Gut gemacht? Nein, Dunkelzellmen drüber, den letzten. Egal. Mist! So, was mache ich denn mit dem Spiel jetzt? Ja, was machen wir damit? Nicht berücksichtigt, okay. Also bin ich noch nicht pick genug für den Gegner. Äh, bin als Trainer. Aber Nappa hat ja schon das 1 zu 0 gemacht. Oh, 3 Kerl geht rot. Und Spiel zu Ende. Mein Pro wurde gesperrt. So, trainieren wir nochmal. Das Training 6, Dribbling Parcours Silber. Das trainieren wir nicht selber. Lüge wechseln. Lüge wechseln. Funzenerarbeitung. Standard-Folkrie schritten. Standard-Folkrie-Schritte. Trainieren wir nicht selber. Und in der Verteidigung trainieren. Und in der Verteidigung trainieren wir Zweikampf wieder. Übung simulieren. Ein A. Oh, wer sagt's denn? So, das trainieren wir aber. So, das trainieren wir mal wieder. Äh, das trainieren wir mal wieder. So, das ist ein Punkt. Oh, das ist ein Punkt. Jo, so ein Punkt, ja. So, das sind die Punkte. Hm, so ein Punkt. Hä, das ist ein Punkt. Knapp! Das war perfekt! Und das war noch mal nichts zu sehen! Nächste Einheit! Chancenerarbeitung! Ja! Ah, Dörfer! Schade! Schaam ist... Plankt der Apfel? Da verlieren wir Zeit! Ja, was sollte ich da groß machen? Oh Gott! Na ja, wenigstens einmal getroffen! Und da landet mir die Poste nur! Oh Gott! Was mach ich denn da! Ne, das Training dürfen wir wohl wieder holen! Na ja, zu knapp wurde das doch noch! Hm... Das war nichts! Na ja! Äh... Ergebnis... Wahnsinn! Übung zu modieren! Sieh... na ja... Wirkse Einheit! So! Exzellent! Exzellent! Ergibt nicht ein Ansehen! Dürfte im Bad auf 77 sein! Und gegen Dresden! Dürfen wir wieder spielen! Aber das Spiel sehen wir das nächste Mal! Schuh-hoos! Schuh-hoos!